Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Robins Finanzwelt. Heute habe ich ein Update zur Jinko Solar Aktie für euch dabei. Es wurde ja gewünscht, jetzt hier wieder ein Update rauszubringen. Und hier ist es jetzt auch. Momentan ist es ja so, da soll es auch ein bisschen drum gehen. Die Jinko Solar Aktie ist ja jetzt stark gefallen, also ist wirklich extrem gefallen in den letzten Wochen. Und ich möchte so ein bisschen allgemein auf die Solarbranche eingehen, beziehungsweise was hier einfach für Wachstumsprognosen für die Zukunft gegeben werden. Dann schauen wir uns natürlich wie gewohnt hier auch den Qualitätscheck zusammen an und gehen dann am Ende wieder auf den Jahreschart zusammen ein. Und wenn euch ein Video mehr im Kanal gefällt, dann lasst doch jetzt gerne ein Abo da. Würde mich natürlich mega freuen. Jetzt sagen wir, wir starten jetzt hier direkt und zwar hier eben mit dem Wachstumscheck von Jinko Solar selber. Wir können oben links die schön steigenden Umsätze sehen. Natürlich gab es mal einen kleinen Rücksetzer hier, zum Beispiel auch von 2017 auf 2018. Aber seit 2018 eigentlich stetig nach oben gegangen. Und der Solarbereich wird natürlich für die Zukunft immer wichtiger. Ich hatte es in meinem vorherigen Video auch mal bei Jinko Solar schon gesagt. Also auch da gerne mal reinklicken. Ich werde euch jetzt im Laufe des Videos oben mal meine Wachstumsplaylist in die Infobox reinpacken. Gerne da nach dem Video gerne mal reinklicken, wenn es euch interessiert und mal vielleicht meine Wachstumsplaylist ein bisschen durchschauen. Ja, aber jetzt sind wir hier eben bei Jinko Solar und auch da passen die Wachstumsprognosen. Das Einzige, was hier so ein bisschen das Manko war im ersten Quartal dieses Jahr, waren die geringen Margen, die hier verdient werden. Wenn man das mal mit Gshinji Solar vergleicht, dann sind die deutlich geringer. Gshinji liegt da im zweistelligen Bereich und bei Jinko Solar liegt man irgendwo bei 1-2%. Also da müssen die Margen besser werden, lag aber an diesen erhöhten Materialkosten. Da muss auf jeden Fall Jinko Solar noch dran bauen. Was man aber sagen muss, sie sind hier Weltmarktführer und das darf man wirklich nicht vergessen. Sie wollen eher momentan das Ziel auf Wachstum setzen, um sich für später besser zu positionieren. Finde ich sehr, sehr sinnvoll und daher finde ich das auch eine gute, breite Marktaufstellung. Wir haben ja aktuell nur noch einen Kurs von 25,59. Man sieht, wie deutlich wir nach unten gewandert sind. Man kann sie unten auch im kurzen Chartverlauf hier sehen. Wir gehen aber nachher auf den Jahreschart nochmal genauer ein. Wir haben einen Umsatzwachstum im Durchschnitt auf die letzten zwei Jahre von über 18%. Das ist recht ordentlich. Die Performance auf ein Jahr kann sich auch immer noch sehen lassen. Die liegt bei über 114%. Aber die kurzfristige Performance ist deutlich abgerissen. Auf die letzten drei Monate haben wir mittlerweile Minus von über 50%. Andererseits muss man sagen, ist jetzt vielleicht wirklich wieder so ein gewisser Einstiegszeitpunkt. Das ist natürlich nur meine persönliche Meinung. Das ist ganz, ganz wichtig. Bitte jeder seine eigene Meinung bilden. Das ist natürlich hier keine Handelsempfehlung. Aber wir haben jetzt einen gewissen Abschlag erlitten. Und jetzt müsste hier irgendwann bald auch wieder ein Boden gefunden werden. Das so ganz kurz und knapp zu den Wachstumsdaten. Man muss hier einfach wieder einiges reinholen. Auch der Abstand zum gleitenden Durchschnitt ist nicht mehr gegeben. Das werden wir später im Chart sehen. Da sind wir bei minus 35% knapp. Und ja, das sind mal so die wichtigsten Werte. Und was ist hier möglich? Und zwar ist es jetzt hier mal die Meinung des LSF Solar and Sustainable Energy Fonds. Hier gab es eben Sprecher, die sich aus dem Fonds ein bisschen geäußert haben dazu. Und zwar sagen die grundsätzlich im Solarmarkt ist bis 2030 hier eine Verzehnfachung möglich. Das ist ein wichtiges Statement. Und zwar ist es so, dass einfach hier im Solarsektor, der wurde 2020 waren hier deutliche Rekordumsätze. Erstmal seit 2011, also nach neun Jahren, wurden hier erstmal wieder Rekordumsätze geleistet. Und ich glaube auch, dass, also ich persönlich glaube auch, dass das in den nächsten Jahren so weitergeht. Wie gesagt, weil man einfach bei erneuerbaren Energien nicht unter den Solarsektor rumkommt. Und natürlich auch bei vielen Unternehmen gab es auch dadurch Rekorderträge. Und die Vorberater hoffen jetzt eben auch, da die Aktien eben von den Solarheilstellern inzwischen große Korrekturen jetzt hatten, wie wir es ja auch jetzt bei Jinko Solar gesehen haben, sind die Bewertungen natürlich andersrum gesehen wieder umso attraktiver. Und besonders jetzt auch in der Relation zu den längerfristigen Wachstumsperspektiven, also da möchte ich nochmal auf die Verzehnfachung eben ansprechen, genau, soll einfach in dem nächsten Jahrzehnt hier möglich sein oder im Solarmarkt drin sein. Und auch das jährliche Zubauvolumen von Solaranlagen soll eben hier dadurch deutlich steigen. Und Anleger, sowohl institutionelle als auch private, sind hier kaum investiert in Solarhersteller oder noch wenig investiert zumindest. Und wenn, dann nur in thematischen ETFs, aber noch keine reine Aktienanlage. Auch da ist noch ein ganz, ganz weiter Ausbau möglich nach oben. Und da ist es auch so, es wird eben hier auch wenig in die chinesischen Solarwerte investiert, obwohl Jinko Solar, wie ich es euch vorhin schon gesagt habe, hier ja Weltmarktführer ist und sie sich ja auch so weiter aufstellen wollen für die Zukunft. Fand ich mal einen ganz interessanten Bericht. Hier auch mal die Meinung eben aus dem Fonds selber raus, hier für Solar und Sustainable Energy. Ich persönlich glaube die Prognose, ich könnte mir sogar vorstellen, dass das Wachstum noch viel, viel stärker ist. Auf jeden Fall bis in die noch ein weiteres Jahrzehnt, wenn wir mal vielleicht 20 Jahre weiter gehen. Ich glaube, ich habe hier enorme Wachstumschancen und ich bin einfach gespannt, wo der ganze Markt hier im Solarbereich hinläuft. Das war so ein kurzer Ausreißer. Jetzt schauen wir uns hier das Finanzergebnis nochmal kurz und knapp an. Die Marktkapitalisierung aktuell so ungefähr bei 1,45 Milliarden US-Dollar zum aktuellen Kurs mit 25,60 Euro gerechnet. Hier auch mal, man sieht die steigenden Umsätze hier nochmal kurz und knapp. Auch das Plus mit 18 Prozent, was wir hatten, auch das Betriebsergebnis leicht hoch gegangen und der Zahlungsmittelbestand auch nach oben gegangen. Das ist so kurz und knapp und wenn wir uns jetzt hier das im Chart anschauen, wir haben heute hier ein kleines Minus von 1,72 Prozent, stehen eben bei knapp über 25 Euro und natürlich lässt jetzt der Chart so ein bisschen zu wünschen übrig. Wir sind in einem deutlichen Abwärtstrend, wenn wir es hier sehen, hier ist es eigentlich begonnen, wo wir die 50-Tage-Linie nach unten durchbrochen haben. Dann haben wir es leider auch geschafft, die 200-Tage-Linie nach unten zu knacken und jetzt gilt es einfach wieder, sich an die 50-Tage-Linie so ein bisschen ranzupirschen, die irgendwo im Bereich um die 33 Euro aktuell liegt. Da muss man schauen, dass wir wieder hinkommen. Ich glaube, das wird so im mittelfristigen Zeitraum passieren. Langfristig gesehen glaube ich, dass man hier natürlich wieder neue Allzeithoch sehen kann. Da sind wir mittlerweile wirklich das Dreifache entfernt. Also hier sind wirklich vielleicht auch Anstiege mit 200-300 Prozent möglich, wenn wir uns mal aufs letzte Allzeithoch beziehen. Es kann eine Weile dauern, ich bin aber sehr, sehr positiv gestimmt und bin gespannt, was Hinko Solar für uns bereithält. Schreibt mir doch unten gerne mal in die Kommentare, wie ihr das Ganze in Zukunft seht, auch vielleicht aufgrund des Artikels, den ich euch mitgebracht habe. Ja, und das war es jetzt eigentlich soweit von meiner Seite und wenn euch mein Video in meinem Kanal jetzt gefallen hat, dann lasst doch jetzt gerne ein Abo da, würde mich natürlich mega freuen. Das war es von meiner Seite, ich wünsche allen einen schönen Tag, freue mich aufs nächste Video und bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 . Untertitelung des ZDF, 2020